Zwar war Paracelsus durchaus noch in alchemistischen Vorstellungen befangen, fand jedoch trotzdem zumindest den Anfang des Weges zu einer vernunftgemäßen Betrachtung von Krankheit und Medizin. Wenn er und mehr noch seine Nachfolger die medizinische Wissenschaft mit einer mystischen Aura umgab, manchmal wohl auch aus vordergründig geschäftlichen Interessen, ist es doch sein Verdienst, dass das alte galenische Prinzip beseitigt wurde. Der sächsische Arzt Andreas Libavius, eigentlich Liban, ca. 1550 bis 1616 war es, der dann gegen Ende des Jahrhunderts mit den mystischen, rosenkreuzerischen Vorstellungen der Paracelisten aufräumte und der modernen Medizin das Tor öffnete. Zur Medizin gehörte die Pharmazie und die stand als Klosterwissenschaft und fromm wohltätige Nonnenbeschäftigung, immer nur beten ist auch langweilig, etwas im günstigen Windschatten und konnte in gewisser Weise in Form von Naturheilverfahren gedeihen. Schon 1537 gab der elsässische Chirurg Hieronymus Brunnschwig mit seinem Thesaurus pauperum oder die Hausapotheke das erste grundlegende Kräuterlehrbuch heraus. Ob die Einrichtung der ersten Irrenhäuser 1533 zur Geschichte der Medizin zu rechnen ist, ist fraglich. Zumal eine ärztliche Pflege dort nicht vorgesehen war. Es waren brutale Verwahr, Verliese übelster Art und dienten nicht den Geisteskranken, sondern denen draußen, damit sie nicht mit ihnen in Berührung kommen mussten. Nicht viel anders war es mit den allgemeinen Krankenhäusern. Auf diesem Gebiet war sogar ein Rückschritt seit dem Mittelalter zu verzeichnen, da sich die Klöster von der Krankenpflege zurückzogen, im Zuge des allgemeinen Rückgangs der Klosterkultur und des Mönchtums. Krankenpflege blieb der privaten Wohltätigkeit vorbehalten.